Warnung! Dieses Video kann Gerüchte, falsche Informationen sowie Teile einer in Deutschland erlaubten freien Meinungsäußerung enthalten. Wer das nicht verkraftet, sollte jetzt ausschalten. Allen anderen wünsche ich viel Spaß beim Video. Mr. Weinwood. Leute, willkommen zurück auf dem Kanal von Mr. Weinwood. Zu einem kleinen Informationsvideo. Wie ihr wisst, ist aktuell Cold War Zombies die Maschine, die einzige Map, wie ihr sie hier auch im Hintergrund seht. Nun gibt es einige Informationen im Internet zu finden, die ich euch natürlich nicht vorenthalten will. Wie ihr wisst, gibt es einige Intels, die man im Spiel freischalten kann und die verweisen auf eine Firebase Set. Die Firebase Set soll, wie ihr hier im Hintergrund seht, in einem Vietnam Setting angelehnt sein, in der etwaigen Art, die ihr auch in der Cold War Kampagne finden könnt. Warum Vietnam? Vietnam ist das einleuchtendste Szenario, weil eben in den Omega-Intels darüber gesprochen wird, dass die Omega-Gruppe einige Experimente auch an Zombies und Menschen in Firebase Set bzw. in Vietnam anstellt. Und nun, meine lieben Freunde des gepflegten Zombie-Modus, ist es endlich soweit. Es gab einen Leaker bzw. einen Leak, der natürlich nicht offiziell bestätigt ist. Also wie gesagt, nagelt mich bitte an den Informationen nicht fest. Ich bin auch nur ein Mensch und ich kann auch nur googeln und Informationen zusammentragen. Deswegen habe ich für euch auch dieses Video gemacht und jetzt haltet euch fest. Im Hintergrund seht ihr jetzt gleich Screenshots von einem angeblichen Treyarch-Mitarbeiter, der Screenshots von seinem In-Game Cold War Launcher gepostet hat. Im Hintergrund seht ihr hier als erstes ein neues Skill-Feld-Upgrade. Das Ganze soll Friendset Guard heißen. Ich habe leider keine Informationen dazu, was das machen soll. Es gibt aber allerdings auch geleakte Bilder, wo quasi dieses Friendset Guard komplett aufgeladen ist. Das Bild zeige ich euch jetzt gleich hier noch im Hintergrund. Hier seht ihr wunderbar auf einer Map unten rechts, wo natürlich auch die normalen Feld-Upgrades eingeblendet werden auf die Maschine, wie das neue Field Guard aufgeladen zum Aktivieren bereit angezeigt wird. Natürlich sind die ganzen Bilder, die ich euch jetzt zeige, ziemlich schlecht, weil sie natürlich schon durch tausend Hände gegangen sind. Da kann ich leider nichts dafür. Und wie gesagt, auch hier nochmal die Info, bitte alles mit Vorsicht genießen. Das Internet hat natürlich immer seine Tücken. Ich kann mich, wie gesagt, nur auf Informationen verlassen, die ich so im Laufe der Tage und im Laufe des Tages beim Googlen oder bei YouTube-Videos gefunden habe. Im Hintergrund seht ihr jetzt gleich auch nochmal einen Ausschnitt von dem neuen Eseltrittautomat, der unter anderem eben auch geleakt worden ist, beziehungsweise auf den Screenshots des Treyarch-Mitarbeiters zu sehen ist. Genauso wie ihr jetzt auch hier im Hintergrund noch ein Bild seht, wo ihr, glaube ich, auch schon ein bisschen erkennen könnt, dass es wirklich eben in Vietnam auf der Firebase spielen kann, weil ihr hier unten natürlich auch ein bisschen Bäume seht und im Hintergrund ein bisschen in Vietnam-Setting. Wie gesagt, es tut mir leid. Besser habe ich die Bilder leider nicht gefunden, weil sie mittlerweile auch schon wieder überall im Großen und Ganzen von Treyarch entfernt worden sind. Und jetzt, last but not least, auf das, was ihr natürlich alle gewartet habt, im Hintergrund seht ihr jetzt auch nochmal aus dem Cold War Zombies Launcher des geleakten Treyarch-Mitarbeiters die neue Zombie-Map-Liste. Und hier seht ihr ganz klar und deutlich, dass unterhalb von der Maschine einmal Firebase Einzel und einmal Firebase Round 20 in der Liste geführt worden ist. Und das ist meiner Meinung nach eine der geilsten Neuigkeiten, die ich in den ganzen letzten Tagen versucht habe, für euch zusammenzutragen. Hier auch noch ein kleines Bild, wo ihr unten nochmal seht, dass auch PhD-Flopper wahrscheinlich, beziehungsweise auch das natürlich nur ein Leak oder eine aus einer unseriösen Quelle stammenden Information zurückkommen kann. Wie gesagt, meine lieben Freunde, genießt das Video mit Vorsicht. Wie alle Informationsvideos kann das natürlich auch alles nur ein Fake sein. Ich lege meine Hand dafür nicht ins Feuer. Ich freue mich natürlich, wenn ihr bis hierher geguckt habt. Euer Mr. Weinburt würde mich über einen Daumen oder eine Bewertung, wie es die neuzeitliche Jugend nennt, freuen. Oder für alle, die neu sind, natürlich auch ein übern Abo. Bis zum nächsten Stream oder Video. Euer Mr. Weinburt. Ciao.